Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Trouble in Mainville mit dem Freak Gamer 35 Akin Forever und Müsli-Riegel-unterstrich-unterstrich-unterstrich-neun. Drei, zwei, eins. Das geht. No one cares, man. Nein, das ist auch nur ein Halt. Das ist aber nicht so schön. Ich springe ihn absichtlich runter. Oh, blöd. Aufzuweisen schon. Drei, zwei, eins. Ich finde mal interessant. Klar. Vielleicht wird das heute mal neun Tausend herunter. Ja, könnte ich das sagen. Weil wir für nur noch 80 Km. Alles fliegt, genau. Ja. Wacko, lol. Wo werden die denn alle hin? Oh, hat jemand den Schaltaktivität? Ja. Lol. Wer war das denn? Haben wir gekillt. Multicraft, okay. So. Boah, ich werde gekillt. Sorry. Toll. Oh, hat da jetzt schon wieder der Verkackung-Knopf gedrückt? Ich wurde gekillt. Flo, hast du den Knopf gedrückt? Ähm, nein. Irgendwann hat gerade den Knopf gedrückt. Freakas, was ich gekillt? Der hat blöd gekeillt. Nein. Er hat gedrückt. Er war inno. Er hat doch alles gedrückt. Danke, jetzt hat die Kamera verloren. Lol. Oh mein Gott, Flo, wen hast du gerade gekillt? Geh in den Tester. Ja. Geh nix von mir. Steh. Warum verfolgen mich jetzt alle? Scheiße. Oh, Freakas, du Trater. Oh, Creeper-Punkter. Oh, du hast mich doch beschimpelt. Ich hab dich nicht gekillt. Ach, meine Creeper-Millen nicht gekillt. Alter, warum verfolgt ihr mich alle? Ich bin nervös. Deshalb. Es sind alle drei Trater da hinten. Ja. Geil, ja. Ach, wie ein Lappen. Aua. Ich bin über Pfade. Skill oder was? Oh, fuck. Verstehung. Rampen. Gott. Lass. Mein Java-Goldverdachtsturz. Jawoll. Jawoll. Hallo. Hallo. Jawoll. Ah. Dann was werden wenn ich das noch rase? Ich hab zwei Herzen. Boah ich hab Angst der rüber zu springen. Ist das Schiss? Oder was? Ja weil mir ist... Alter. Ein bisschen laggy gerade. Oh Gott. Da ist ein Traitor glaube ich. Ja. Oder? Ja. Warum greift er dich an? Scheiß ich weiß im Endeffekt. Alter warum legt das gerade? Äh. Schönen. Runter geflogen oder was? Ja. Wo bist du? Komm zum Tester. Ja. Der Typ da oben ist auch zu weit. Der schießt mich einfach mal ab. Der hat gerade geschrieben. Der hat gerade geschrieben. Der hat gerade geschrieben. Ich lese es nicht. Ich lese es nicht. Freak. Alles. Wir sind noch gar nicht mehr da. 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 Da ist er. Da ist er. Du wachst bei mir voll im Boden rum ey. Gibt's nicht sich kräftigen, du wachst voll bei mir rum. Das ist doch scheiße. Du bist so ein verkackter Lacker. Okay. Ah. Wohl noch eine Traitor, den ich killen muss. Ja. Aber dich hier high. Na Lappen. Aber vorhin weg ist Lapps. Scheiße, der Täter ist ein bisschen. Der high ist Traitor, oder? Da sind zwei noch da. Zwei noch Traitor. Ja. Ist das wirklich was? Okay. Dieser Spoonnet da, oder? Vielleicht. Okay, der high hat Modus. Okay, high ist tot. Das ist nur ein, oder? Modus gibt's nicht für der 1.6. Ja, dieser Spatz, oder? Ja. Er schreibt Hacker. Das war eine ganz ordentliche Runde, muss ich sagen. Ja. Kills gemacht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.